wieder ein bisschen fort mit kardino 1 2 1 und ja wollen wir heißer heiße solo oder arena das marina oder wegen den weil wir kommen bald bei den turnieren mitmachen bei den turnieren von try machen ein bruder jj kundin 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 entschuldigt mich gerade dass er gar nicht sieht ich muss gerade denken mich offline stellen wenn ich gewisse leute einladen ja junge wie viel einladen kann verschicken kundin und das lieb Oh Mann, ich mache einen Punkt hier. auch eine tactical ich finde kommentar und lief die beschreibung die für armen wollte ich nicht warum ich die nicht ganz kommentare gemolken mit dem bruder bringen wir blau mit der armen und nochmals hat neben ich habe eine form der reinkommt er hat mich wohl er hat mich gewonnen ich habe schon einen körper meine ich muss mich schreiben bekommt er hat hier ein jähriger als jähriger oh mein gott ich habe ihn gegeben hinter die hinterlieferung geschrieben wenn armin tot ist heil wenn armin tot ist heidi nicht und tanzt sagt aber nicht ihn alles klar beste deutsch ich habe noch einen punkt bekommen der drinnen blieb ich habe punkt bekommen wird ich nicht er wurde noch gekillt er kostet hier mit uns da war jem mit mit feiermodel ein abgehauen m so bereichert um m m und was macht deine schwester darf meine pb du nimmst die dritte kommentar aber niemand guckt zu moin armin du sollst keine skins nehmen es gibt zeigen armin soll keine skins zeigen steht auch noch nicht in spiegel guck mal mein freund wie man kann leist du ihm nehmen ja okay was hat er gesagt ich hab auch da ich gehe gut spiel chat armin jannik hallo er kann glaube ich leider kein sport zocken also ich glaube also ich habe auf jeden fall mit spielen ich habe gehört dann hat die handy geht wieder darf ich mitspielen jemand hat gerade geschrieben war kurz er soll keine skins zeigen also soll er also soll er keinen ausgehen sein als soll ein ausgehen sein oder was sehr ja armin weil james schreibt in die kommentare er soll keine er soll keines zeigen zeigen aber ich bin zu zeigen aber ich weiß glaube ich soll keine spieler so anziehen ich habe zwei kommentare junge kannst du nicht lesen das ist doch einfach keine ahnung jannik hat geschrieben hallo also soll er also soll er jetzt nicht mehr in der lobby ist also wenn er jetzt in der lobby ist zum beispiel soll er keine anderen skins anziehen sondern einfach sein skin lassen und keine anderen zeigen oder was er soll es sein ist ich habe keine skinnen gefeiert sogar an uns gelangen zu wollen wenn wir sie machen wie ich komme vielleicht schon kann es beweisen jetzt kommt gerade erst mal ein kleines lecker aber erst mal zu da ich weiß nicht warum ja genau ich gehe nicht länger ich habe keine impuls mehr Aber einer hat YouTube, ey, ist ein Bandcraft-Sauber-Gee. Sie hat sie, sie hat sie auch. Kommt raus. Zieh ab, geh zum Wagen, geh zum Wagen, lass es helfen. Oh, jemand hat geschrieben. Er soll alle seines Kindes nicht in der Lobby zeigen. Ah, du sollst alles Gäste, wie du hast, zeigen in der Lobby. Nee, wie viele Punkte habt ihr? 206. Ich hab mehr. Wow, freut dich, du darfst du jeden Tag spielst nicht so wie ich. Ich hab auch eine Woche, aber heute darf ich. Ich auch, Ausnahme, weil ich gute Noten schreib. Armin. Hehehe. Oh, du schreibst nicht gut, der tut denn? Ich hab' den Binnen, den Lobby. Er trägt, er trägt. Oh, er hat mich seitgesnipet. Er kann gar nicht snipet. Er direkt da nirgends, hat er keine Ahnung. Ich hab' keinen Wett mehr. Ich hab nur den nicht gesehen, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht gesehen. Ich bin nicht gesehen. Einer von Flassender. Der eine war... Der eine von denen ist, glaube ich, No. Hat beide. Ah? Suche. Irgendwann. 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 Dazu, ich habe keinen Aim, Janek. Der eine war No, oder? Der eine war No, oder? Ja. Heißt du nicht? Ist ja nicht so, ist nämlich gerade bei... Näääää. Tschüss. Äh hier. Hier. Schussst 그러니까. Das linke H Underwood A потомуar mit das. Die Smeiver können auch einfach nichts mehr geben. Du kannst H す.. Also used hier selber zu lieben halten. Achso, ja. Ich hab ja drauf. Im Falle. Okay. Machst du gar nicht? Der Lerner war weiter. Aber eben immer. ja bin reingelaufen also ich bin über die treppe gelaufen da war auch die falle also wenn ich über die treppe laufe ich dachte ich bin auch über die stachelfalle wenn der zurück spurt ja da kann ich nix okay 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 du willst du willst du ja ich mache das jetzt machte nee 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 wenn man sich aber dafür alle die abonnieren wie viel kölz habt ihr 2 also ich hab zwei erhaut ich hab Müll ja und einmal ich glaube ich guck mal ich guck mal gleich wie wir es an ja ja jetzt guck ich guck ich bin drüber gelaufen guck ich laufe hier hey nevio wie heißt du auf youtube antäuschung jonge nein guck doch hier bin drüber gelaufen ja mit antäuschung nevio wie heißt du nicht ohne damit ich heiße nevio italien nein ne ja richtig geschrieben äh hast du sniper money armin ich will den biggie geben und rutscht von mir weg ich bin ich ehrenlos hier können wir armin gönn dir biggie bin ich ehrenlos wie du und so wollten kratzen beleidigen menschen kruz vom trinken das war natürlich eine antäuschung ergeben abwärts um und tisch so ein bisschen schluss ja reichen es ist sicher automatisch kommt auf und dann hab ich nur alter mein fernsehen ist so dunkel bei mir weil vor und auf die sonne scheint und ich bin direkt am fenster wo sind die nein ne 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 aufdund er hat die hat schon mal selbst was gemacht mit api ja auf diesen 1 2 richtig sonst die waren beide knapp nehmen die aber waren halt nicht drauf kann nicht alles funktionieren links macht sich und hat so richtig augen zu sterben wer es guckt man rein dazu aber auch egal bei mir steht aber nein man möchte nur einer solchen schiff verschreiben ja ja okay ich schreibe mir auch was und schreibt ihr beide schreibt mir etwas in chat okay hatte ich glaube die ganze zeit ich schreibe jetzt lang text auch junge hat sehr lang dauern ja neun kommentare materie geschrieben du hast gar nicht geschrieben aber doch 10 übertragung kommentare kein schuss hat beim maul er hat er er ist hier bei den ich bin ein Mann wäre weitergelaufen der Wetter und er war da und ich bin in sechs Minuten die in zwei Minuten gelassen bei einer anderen drei punkte ich mache mich nicht nur auf der Städte oder bleibt stehen mit dem kühlten kann ich dann auf weiter kollege nicht stehen bleiben das ist ungebracht in diesem kalt war so gut und da unten aber gebaut haben wir nicht nur und dann ist das auch auch aufgehend mit der pläne aber das dann hier er gibt es uns wenn er da hoch geht das tot oder runter wie war das kanal ist kaputt wie weit läuft er weg ich bin auch auf das wird das finde ich jetzt irgendwie ich bin auf beiden konsolen lachen auf marmin jetzt gibt's glaube ich weg also er ist nicht weg sondern das gelenk das wird dir das bauen viel einfacher bringen als du denkst ja guck du hast du dich ja ich spiel das das ist ein einzigen probier mal baumeister aus nächste runde du wirst jede runde gewinnen sagen ich ich bin runtergefallen ich habe beiden noch ein paar begeben das ist sogar live stream ja war eine das einen 50er geben macht nicht heiße so ich hasse heißen sonne war das ist noch 1 2 1 heißt Tami oder Anni Armin okay und der und schuld schieb ich kenne ich nicht so gut machen wir auch gerade machen wir dann machen zwei stück da ich heiße Matej ich bin geheim das ist so heiße Sonnenmovie heiße Sonnenmovie ja warte zur Aufwerbung mal Creative Zone ja ja nicht liegen fast gleiche Stücke ja okay das soll ja 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 man eigentlich die Brunnen Nein wir spielen die Stücke ja ich hab's auch gesehen komm mal runter lass aber vier machen ich komm gleich ich komm gleich nein sollen wir äh 3 Schotzi Kanon diese Map spielen äh, ja äh, diese Zähzahnen zwei Zuschauer guck diese hier fightet man hier fightet man aber das sind doch keine echten Gegner, oder? also, zum Beispiel so ja, nur vier guck, wir gehen um meine Welt, meine ist so geil nein, mach Ding, es geht Tüte Tauert, nein lass Ding machen, lass dann weg so, lass so und vier einfach machen mach so und vier Armin hier hab ich gemacht, ich hab gemacht oh, 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 oh neben euch warte noch nicht starten wenn ich glaube Junge ich muss im Jahr er wird anonym im Spiel werft das ach ich bin kein Anonym ich kann das Foto steht anonym bei mir guck mal Leitmann ich hab Videobeweis Stiftung Stiftung auch nicht Junge gibt es wie jetzt mal Mann ist an Köln Herstellung der Insel der Spiegel schafft nicht wie die 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 Einzelpersonen der ich kann auch das mit dem wenn ich will ich kann auch nicht nur die wir haben es jetzt kann ich nicht auf heute gewähren ich sage nicht nur noch nicht nein sie ist doch aber nicht so ganz schnell also ich konnte schon schnell aber nicht so ganz ohne diese trick machen auf andere in andere dinge in andere box Armin wenn ich eben dann muss man zugucken ja der Klinik war und ja wie scheiß ist das denn ich will dir verfolgen auch hier du bist nicht ich bin direkt über dir war also wenn du dann das bist du tot ich spiele das nicht hey lass bei Armin in die Map eingehen wer ist das einfach denn hundertmal? Ey, ne, du weißt doch, ich bin abgestaubt Ja, ich bin abgestaubt Ja, ich bin abgestaubt Ne, wie alter Na, bist du da? Uh, wir haben beide gleich wie viel Leben Gleich AP Ja, Mann! Oh, schlurte Scheiße, lass den Arm ins Map Na, das ist Armins Also das, was er wollte Das ist mein Hobby, Hobby Nein, mein Hobby, Hobby Nein, mein Hobby, Hobby Mein Hobby, Hobby Ich bin einfach der Beste von euch Bitte jetzt ist gar, bitte jetzt ist gar Bitte jetzt ist gar, bitte jetzt ist gar Ich hab schon in der Zone gestorben Ja, ich hab's gar Ey, Junge, warum hat der gar, Junge, der Noob? Soll ich dir sagen, was ich habe? Ich hab eine Heavy-Sniper Und du weißt genau, was ich damit machen werde, Armin Ich hole meine Ehre wieder Obwohl ich die Ehre von dem anderen hab Ich hole mir die Ich hole mir die Nee, mir egal Ich hole mir die Ah, wo die letztes No-Scope Ich krieg die No-Scope Ich krieg die No-Scope No-Scope Ich versuchte No-Scope Gotze Komm어, Lud team Trau dich, ich will den No-Scope geben Klammerung Oh, die foi, die Ich bin mit Rocket Launcher gegeben! Nein, ich hätte dich geholt! Junge, warum ist... Junge, warum ist... Ich schwach auf welcher Region gelesen! Ich schwach mich! Wenn diese Map gebaut hat, ist ein kleiner... Das weiß wie auf Nordamerika! Ja, okay, oh nilg! Ich sterbe! Ich bin nicht mal gelandet, aber sterbe direkt! Ja, wenn du dann in der Zone... Ja, dann lock mich in die Zone! Ganz einfach! So dumm! Ja, aber... Ja! Das ist so scheiße! Diesmal werde ich gewöhnen mit Ansage! Aha! Oh mein Gott! Ich hab so viel... Ich hab so... Oh mein Gott! Bin fast in der Zone gestorben! Wieder! Ich muss der Hängeglecker aufmachen! Nein! Haha! Ich bin unten! Nicht alle! Ich bin schon lange nicht mehr in der Luft! Aber wirklich lange! Ja, das sehe ich! Jemand verfolgt mich an dem Weg! Alle sind in der Luft außerdem! Ich bin nicht grün! Ich bin schwarz! Grau! So klar! Junge, nicht alle auf mich! Ich wollte gerade ein pushen, jungen Armin! Du weißt wie die Regel ist! Geh mal weg! Armin, du weißt wie die... Junge Armin! Mega! Nee, Armin! Du weißt wie die Regel ist! Hei! 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 Wer wollte ich diese Map spielen? Alle! Die hier sind ausverliegt! Magik falsch hat, man wird nicht respawned! Oh! 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 Wie soll das bei der sohnDisayerly respawned werden? Also! Jegt je Amins Leben, alter. So wenig! Hä? Der ist 195hp, Junge Was g sådan? Hä wird am Herzen nur nur so 2hp. Du wirst haben eine Defense! Hä?! He! Ha?! Ich habe doch geschossen, wenn du Talking'segaskung.. Hä? Ich habe doch geschossen! Na, natt du nicht Armin. warum ist mein bruder da ich hab gesagt du darfst nicht mit spielen ich hab geile waffen womit man direkt in die saue und katapultiert werden kann 2 3 der pechel zu schlecht miteinander stürzt man wird nicht schießt dort man hat nicht direkt durch angeschossen ein mein bruder mann nö mein bruder hatten gar nicht angeschossen wetten Prozent ich weiß glaube ich war war ja der typ der den du immer sagt ja keine heute noch mal zeigen ey komm mal bitte zu mir ich habe falsch an kassiert ich wollte gerade sagen wer soll sich ja ja warte ja aber ich muss doch nicht aus ja aber ich möchte nicht aus ja aber ich mache ja nicht aus ich komme mal mit mir mein bruder pushen hallo okay ich habe gesagt er darf nicht mitspielen okay kurz klipp so der der ist da dran ok und er hat auch da und ein ich mache ich mache wirklich alle er ist wirklich gut naja ich bin ich mit meinen freunden spiel soll nicht mitspielen kann ich nicht deswegen sollst du sagen auf mich hat ähnlich und ich kann sie mir nicht sagen sag sie bitte ich krieg ihn sonst da wird dabei nein eben nicht guckt hier unten hier sind nur meine freunde armin und janik hier ist einfach reingekommen und verreckt jedoch von meinem bruder Alter Junge Mama sag ich jetzt was ja du darfst nicht mitspielen er hat mich nicht es geht nicht ich hab ja zu den anderen modus einstellung ich kann sie noch nicht mal kicken sag ihm was Mama wo ist dein scheiß Bruder ich hab einen Bogen jetzt muss ich meinen Bruder ausmachen ist das der Pesch Junge jetzt kill ich ihn direkt aber jetzt kann ich nicht spielen hallo ja ich hab gesehen alles in den Kassertops Nevi wo ist der hier bei mir ich baue mich ist er das hier ich baue mich gerade hoch ok ist er das hier direkt bei mir da unten schieße mich schieße mich schieße mich da oben drauf ich bin über die ja ich weiß ist er hier drin ja das ist er ist unter dir ist unter dir ja guck mal alter ja ich hab doch gesagt das nervt wenn er mitspielt aber er macht sich aus und meine Mutter hat gesagt er soll aufmachen ja ich hab ihr macht euch nicht ha ha der Pumscher hat nicht gezählt aber du haste den mitbekommen hä ich haste den mitbekommen ich habe mich mit spielen ich schlag den einfach gleich mir egal so ganz einfach und wenn es jetzt nicht kapiert wenn er sich schon hat er verlassen immer noch nicht der schmied die ganze zeit ich bin gerade nicht du kannst meine freunde fragen ist noch gespielt oder nicht eben gerade vor einer sekunde hast du noch gespielt du hast nicht ausgemacht lüge nicht ich guck dass mein bruder immer noch drin vielleicht seht ihr ihn nein er ist nicht mehr er ist nicht mehr hat erlangen du bist nicht mehr nö weil du nicht mitspielen darf und ich das vor dir schon gesagt hab ja weil ich mich einspielen will und ich direkt zwei harte wie keine ahnung was heute war der erste Runde das war eine letzte Jahr weil sonst ja arme am lieben am liebsten er ist so dass du wenn die jetzt mit spielst alles ich kenne dich und ich kann er nicht er ist er ist er ist er hat man darf er ist kommt ich nun der nähe wieder die vor und ich bin ich hab fast zu tun ja ok ich muss den runter gehen ich komm gleich wieder ja okay hä? warum ist das so ein bisschen? uuuuuhhhhhhhhhhh bei mir leckt bei mir leckt das ist chicken wings Wer ist los zu gut? Ich oder du? Ich glaube, die beiden werden gewinnen einmal. Wer bist du? Wer? Ich sehe dich gar nicht. Ich sehe mich nicht. Aber... Ich komme. Schneid mich, schneid mich. Oh, du bist nur deine Ehrebeinerin. Du bist nur eine Ehrebeinerin. Ich bin E2G. Ich bin E3G. Da geht es dir schon. Du lebt meiner Länder. Du lebt meine Länder. Ja, oder? Ich habe einen Sohn! Kleiner Gutz, der fast auch gestorben ist. So gestorben. Ist der Hauptbaumeister? Ja, Mann! Das war lecker. Ich habe eine Treppe an den Boden. Ich habe die Muggles auch. Ich habe die Muggles. 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 Gehen, ruf mal. Gehen, wunsch mal machen. Wuppe, raf mich. … Untertitelung des ZDF, 2020 ich hab die schlau wüsch da ja genau wenn ihr nackt und ihr habt einen Fallschaden bekommen und ich hab diesen springball aber nicht springen einfach das ist ein scheiß was passiert Ich will nicht nur schwank sein. Hört mich mal an der Papier, dann ist ich so in ihm nicht gegangen. Hallo bei meinem Pum. Hallo. Oh. Nee, wie hoch kommt gleich? Er ist die kurz im Kellergang oder so. Bei uns hat er gesagt. Er hat verlassen. Bei mir Pum, wenn ich zweimal spiele, dann bitte mal schieße ich da drüber. Nein? Nein. 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 Du bist da. Nein, nee, bist du tot. Nee, wie ist das tot. Wolltest du gerade zugucken? Ich können gleich gucken. Ich kann das gucken. T-L-S-C-Pum. Nimm mal drüber. B-L-A-N-L-V-L-U-G-L-U-G-L-E-N-L-E-N-L-L-T-A-N-L-E-N-L-E-N-L-T-E-M-L-L-S-E-L-L-E-L. Nira, du kannst die Kack, ich bleib aus. Wolltest Du k rumors, was die kackt, ich habe. Und du bekommst du? Das ist gut, meine ich. Ja. Kannst du jetzt bitte? Ja. Ja, Alter, warum gibt es hier Fallen hier mit? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja. Ja, hier ist das. Ich komme gleich, die Bühne wird weg. Ey, ich komme gleich, die Bühne wird weg. Danke. 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 über mir schießen alter meiner braucht vor lang zum spring ja Ich bin in die Zone reingerannt. 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 Ich bin in die Reihe besitztet. Nein. Untertitelung. BR 2018 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 die Sonnenskrieg am Marsch Hallo Livio dein Bruder beobachtet er verlassen ich bin nicht gekickt sondern nicht wundern hier ist doch ein Proband ich weiß äh letzte Lobby ich weiß ja er war beim letzten lassen schon dabei mein 21 killfreund aha jannik ähnlich zu mir nicht bei mir nicht schon mal kommt es ist auch dabei ja direkt ein Handy sorry 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 äh sorry will ich abgeschossen werden von ihm ich will nicht fertig Bogen ich geh weg warum ich hab Angst warum treff ich nicht ich traue mein Thumb du scheiss Camper hallo 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 ich treff gar keinen ich treff gar keinen t r ha ha wer hat verlassen er ne geht ha h h h h h h h h laufen laufen Lofs da geht nicht es geht einfach nicht ich habe gerade mal sie zu weiterentwickelt ich habe wieder einen bogen scheiße hä, mauti, mein mauti, maut 600 äh, einer hat die Welt verlassen freiheit da haben wir die Welt verlassen nein, Junge, jetzt fliege ich unnämtlich ich bleibe hier an der Seite ey, wer folgt mir? da, alles, jo ok, mal, du hast Frieden Mama kurz Klippo ja, kurz Klippo, ja ich trage mein Bruder die Sohn ey, mein Bruder verfolgt mich helft mir mal welchen Hängegleiter hat er? äh, so ein Schiff mit nem Tentakel-Monstern drinnen der über mir? da ja, genau der hab ich gerade abgeschossen ja ihr habt, das ist der ok ok runterschießen würde ich sagen, oder? ja ok nämlich ein Bogen! ich wollte gerade so hart treffen Janik, dankeschön ja ja ich guck ach du Scheiße jetzt noch nicht oh, hab ihn nicht gegeben ja ja hab du was auf der Sonne? nein, ich hab nicht hab ihn das war so beschiss das war so beschiss ich hab die Zone dann immer gesehen warum gibt's in diesem Modus Fallschaden? ich bin zum 10 Mann Fallschaden gestorben los, los, da geht's jetzt nicht mehr ja weil alter, deine Vögel oder was ist das? was das? leid? leid meine Vögel aus dem Spiel, der Hund hehehehe so Fisch sonst gib deine Flasche rein wieso läd aber nicht rein? in den Rhein ja dann hast ducias ja das wirst du denn oh, ich hab das neifer anwender ich hab kannst du seinen Vögeln Futter geben? ja ich möchte sagen warum wo ist alles hier lässt hier direkt unter mir eine jahr der gerade glaube ich ganz runter fliegt die schöne wachschicht in seine fresse schießen kann welche denn ich weiß glaube ich was der pump ist das hier und dann direkt unter mir also ich bin über dir glaube ich ja ich bin über der erstes habe schon gelandet ich weiß ich weiß ja warte 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 ich gehe mit ihr ich bin hier um mein gott offen ist nun doch nur rocket linja ich habe es leiten rocket linja er hat uns eh nicht der party mit einem anderen wir reden doch der die ganze zeit nicht warte ich wollte gerade rüber aber trotzdem rüber er trägt unter mir das ist halt wirklich ich bin ja ich habe mich gerade gefällt ist glaube ich nein er ist über dir er hat sich schon oft besiegt sagte er ich habe dich an hallo er weiß ich bin ich auch nicht mehr so ne mir egal ich bin ich trotzdem ich bin ja noch mal die ganze zeit er wird die sollen weitergehen ja das habe ich noch nicht zum ende gemacht ich habe so nun ausgubt auch hat nur den baum getroffen aber nicht nur fahrt ich bin noch mal dran der Korte mehr und nicht und so es kann fast diese Krüfte kommt von rechts noch die Hörer St und wo liegt auch noch ich bin jetzt ungefähr eine Mitte der Saison war mein Name ich hab nicht rückfliege als ob die von oben auch noch kommt nö ich bin in der mitte ich bin saved oh mann ich werd gesandwich von was ach da unten oh sorry das war noch ausgabe zu sehen das war kein ausgabe da war genau drauf nein oder der seite fliegen nein die ganze zeit da war junger und kannst du nicht schreibt auch jemand kommentar na du fort mit profi was geht bin david ja david kittlaugen gewalt wäre ich ja ich habe eine goldene scar werden wir zu sehen ob ich keinem ab ich hab mich ist gar es geht nur noch auf dich wenn wer sagt ich habe keine entdeckung leiden schnell kann ich bekommen ich bin am liebsten d nochmal kurz klipp okay wegen deinem wir sind fünf leute gerade da da haben wir alle reinkommen oder wer hat mich gerade ab einer komponierten runter dann bist du ganz oben der gerade runter schießt nein das brauchen die ganze zeit ich hab mich geläsert ich hab mich geläser verweilen vor allem kenne ich aber nicht ich bin ich bin ihr Mann sagt ich kenne dich nicht und erhältlich den Pamm statt in meiner Fresse ich bin das ja nicht der Eheberkopf die Lüge das sind alles und wobei die Eheberkopf oder so die Gäste der von den Bogen wer hat er auch der Tippdor und nicht oben gehen und ich stelle ein Becker mein Bruder bei mir vor Hilfe und ich gehe ich bin geheimlich der Schützer die 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 mein Bruder bitte mich nicht abballern wir wollen alle mein Bruder killen hallo was fühl ich zu feldig alles man wird ihn klipp machen können und dann hätte ich dich erschossen mal gucken ob mein Bruder gegen dich ankommt der sagt mich schlecht der war das ja der war das ja genau der der letzte mal geschrieben hat nur da habe ich eine luftung geklappt unser Leben und der Nose genäht er hat dich trotz und du hast gewonnen du hast gewonnen gewonnen ja ich hab die meisten Kills ne ach meinte Kills ich dachte wer den letzte kill macht ne so chiki blärt ja Alessio hast du ihn grad nicht gespielt ach ich dachte schon was das denn du hast ein Handy gegeben das war der Typ zu dem du nur gesagt hast alles wir um einen Livestream das war der das war der Verlacki ey was ist das ja moin alles ist tot ich bin tot ich bin tot Blut ich bin auf Jumper ich bin auf Jumper ich bin auf Jumper ich bin ich bin dankeschön für den Win einmal und man kann es mal auch ein bisschen geben ok stellen wir dann hier bieb 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 ich habe es erzählt man es gab bekommen jetzt ich will ich will es unbedingt das item haben bitte das item ist so ok ok die erlässer schon hat tot bist du PC spieler ja fpc spieler hallo wenn er wird mich denn hier in der Luft hä wo kann er mich treffen ich hab geschehen wursch wo kannst du mich ey ey bitte nicht abschießen mit Clipo mit Clipo mit Clipo ja 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 mit Clipo hallo ja Janik ich mach mit der Clipo ich mach mit der Clipo ich mach mit der Clipo und wir kennen ihn zusammen mit dem Wasser oho das war gemein das war gemein ja denn ich bin zu schlecht ich bin zu schlecht ja nicht wo bist du bist du gar nicht an ja und 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 h h h h h h ich dachte du bist gestorben h h ne ich meine letzte Lobby oder hab ich im Chat falsch gelesen ne er hat mich umgebracht oh ich hab deinen Namen zuerst gesehen bei mir er hat mich er hat mich sonst sehr geballert ich leg das hier hin ich weiß deswegen warte ich alles ist wirklich scheiß hast du die Mikrowelle keine Ahnung kochen Wasser was was oh gals goldene Pump Freiheit endlich Freiheit endlich Freiheit er ist tot ruhig ein Bot zu wer ist das der mich gerade hinterher fliegt keine Ahnung das ist ein du für 87er Skin vom Battle Pass du anonym anonym ok ein Hit ich bin der mit dem Schiff Nevi ich weiß nicht greif ich auch nicht an Kanzler für Lobby fragen obwohl du guckst mir nicht zu oh 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 ich hab den Hitgegeben aufzusehen fach Janik das war ne ich nicht ne kurz klippung mach der anonym kurz klippung mit mir wo 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 nekali her wo nimm doch nimm doch er denkt auch guck mal jetzt bin ich hier oben jetzt versucht er mich abzuschießen wahrscheinlich aber ich komm zack ich gebe ihm jetzt ein Pumpe dann sage ja guck mal wie los der ist schweizig guck mal wie los der ist schweizig oh oh die Ansage hey demon wie ich ihn ausgetrickst hab guck mal wie ich ihn ausgetrickst hab habt ihr es gesehen Loris er wollte mich abschießen und seit letztem hab ich ihn zur Seite gedrängt dann ist er einfach hu darf ich dazu was sagen ja hm 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 das sag ich bitte 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 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 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 7 7 6 7 4 5 warum greift diese jahre wo ja nicht ich gehe los mit der Luft und ich hab nur noch mal Stinker gehabt siehst du warum mich immer beschuldigen ja jetzt kann ich nicht warum welche hallo ich heil hi Kippo geht auch mir nicht ich hab mich kann mir gegeben weil auch scheiße andere denken so oh ich sterbe fast oh mein Gott ey ich hab auch fand leider warte 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 das war alles zusammen tanzen äh warte äh da yay eeeh er will ganz normal tanzen und du so eeeh 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 er will oh scheiße saude da geht es weiter nein machen auch neeeh nein nächste Runde knall ich sofort oh nächste Runde knall ich sofort ein ist mir egal wer und mich ich wurde umgebracht ne bei dir pepo irgendeine andere musst du wohl welche geben ok hier gibt's welche ok hier gibt's welche hab schon mal äh ich hab keine Waffe ich hab gerade mal gegessen und die Sohn war direkt an meinem Arsch ich konnte keine Waffe aufheben ok da liegt eine ja dort liegt eine los los macht mal bei Option dann auf Gruppe aufspiel und nicht auf als Gruppe hört die anderen auf ok option spiel habe ich hallo aha ja ich kann keine Waffe aufheben ich bin jetzt hier ohne Waffe nein aller kleines Kind spielt mit oder was ich weiß mein Freund du das ist so deutsch wie ich sorry Leffe Lobby Leffe Lobby ich hab keine Waffe du weißt doch ich hab keine Waffe du hast keine Waffe hey ich hab keine guck ich baue mich zu dir hoch ich zeig dir alle meine Waffen jetzt oder guck einfach mein Livestream äh ähm äh äh ich hab keine Waffe ich muss doch vor ihm äh äh ey 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 das war ich jetzt nicht gefloggt man das muss man sehen komm wie das da ist ich hab keine Waffe ich hab keine Waffe der grad bei mir ist ich hab keine Waffe ich hab keine Waffe ich hab keine Waffe vielleicht kommt die Zone ich hab keine Waffe ich hab keine Waffe du kann das ich hab keine Waffe ich hab dich oder mich nicht du ich hab dich alles ich hab mich Uhhh ja karma Junge Scheiße, du bist! Alle Freunde! Ich hab' dich in gewundert und auch keine Rede. Ich kann' nichts machen. Ich dachte, ich hab' den Freund mehr. Ah, Salam. Moin, Moin, Leute, mein Ei, Team Brandi. Ich nutze keine Waffen aufnehmen. Geiler Mars. Alter, du sagst mal ein bisschen leiser, ja? Ja, ne, alles hat gesagt, du bist schlecht. Hab ich nicht gesagt, du bist glücklich. Waffen! Oh, ich kann's waffen! Waffen! Na, ne, ich töte ihn, gell? Na, scheiße. Die Jungs ist was anderes. Äh, hier fallen Waffen runter. Ich bin hier, Janik, der, der gerade fliegt. Der hat mir soo hart gerade reingedrückt. Mein Bruder hat mir soo hart gerade reingedrückt. Mein Bruder hat mir soo hart gerade reingedrückt. Geil weg. Aha. Hahaha. Hahaha. Komm doch runter, Pussy. Der ist hier. nein das kannst du nicht Oh doch jetzt ist er noch lauer ich will nicht drunter mal bauen als da kommen so oder kommen alle bekommen so blästig hier kommt sie nicht bauen jubel der türkern Ich hab mich einfach noch ab! Da ist er auch schon gegen Nevi Naja, die Gruppe falle Ja! Nein, ich hab die Klappe! Geh mich hierherum! Ja, Mann! Gewonnen! Pam, 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 pam! Yannick? Yannick? Weiß DJ-Team auch! Okay, lass mich auch... Irgendwas da! Okay, weißt du, weißt du, jetzt gehen? Ich bin zu segeln, du siehst... Kleider Kinder gegen große Kinder! Komm, spielt jetzt! wie soll er hier in Gruppe also Kumpel mit Team Gratwitz Genshert so hohe ich möchte meinen Schatten auf Kopenchat Janik und darauf gehen wir mein Lieber ich bin ich bin oben wir müssen allein den Kastenmarkt gerne kennen das alles ich habe möchte ich habe ja killie killie netz unter dir er baut sich zu er gibt glaube ich gleich andere seite raus ja ist er ist unter dir ausgegangen er kommt rechts erst bei dir gut 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 ja nicht kommen wir haben ja nicht er hat sich zu gebaut kriege und spring jetzt direkt auf sie gestorben habe ich noch ein hit gegeben ich habe ein rift benutzen das ist jetzt nicht ein ende ja fast aber habe ich habe ihn hätte und so reingedrückt von janik aus lebensballer ist nach unten mit dem bogen oh mein gott ja okay er hat kein team mehr ist gut verlange nicht mehr hab ihn nicht gegeben eigentlich der erste kippe ich jetzt hat er kein schiff mehr um gut junge oh mein gott das wieder ganz hoch bauen ja ok bau du hoch aber ich baue die mitte ja ganz hoch ich bin jetzt was du kassiert ich habe 190 leben ich habe 100 100 warte ich trinke n bg blub 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 wie laut bist du ich habe mich ich komme zu dir runter ich habe mich gewonnen ich bin in die zone geflogen ja ich bin in die zone geflogen ich habe gewonnen Junge ganz ehrlich super klasse super klasse super klasse super klasse super klasse klasse und kann die Probe und ich will schon ein Blätter Alten und kommen Spiegel über die Mäste schon mal dauern das heißt die Welt ist ganz hoch wir wollen die drei Welt bis über die Wolke in der Ejo Ejo ich kann ja ein bisschen vom hängengleiter geben oder nicht wie hoch habe ich gerade gebaut weil ich bin sag mal wo bist du denn ach da welcher davon bist du der da oben ist oder unten okay guck mal wo ich bin warum habe ich jetzt gegeben habe ich noch mal gegeben hat ich habe ihn runter geschossen ich bin auch nicht gegeben könnte er wird glaube ich gleich veröffentlichen keine ahnung jemand da unten michael heute wieder schild lasst dir mal in ruhe der arme lasst ihn lasst ihn bitte aber einfach zu mir hoch wenn er sich abschießt schieße ich ihn ab ein beruf von auch junge was sind er könnte ich aber auch aber ich habe mich auf jeden Fall ich habe in der Zeit Robela unterschiedliche Junge Prozent ja komm ich brauche richtig über ihn so dass er noch nicht mal hoch kommt halt der moll jetzt ja okay weißt du was a feel good es tut so kummer a feel good leedle 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 du bist du nicht der niveau schon für er du bist meme dumme dumme jetzt will ich einen skar haben und einen raketenwerfer aber ich kann noch einen nachmachen soll ich mal machen ich hab ne skar und bogen ich bin die zäule aufgelaufen ich hab's automatisch gelaufen in die ja ich guck dir zu buch ich bin Marcel Davies ich mach's Lave ich muss Marcel Davies rechnen in 1999 ich bin Marcel Davies da wo ich sie selber bin ich bin 13 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 ziel ORAN der beide wird genommen ja ich werde jetzt nicht so ganz ehrlich mein bruder ja ich mein ich habe halt ein das ist halt das problem ja was willst du machen wo ist der ich frage mich wie kann ich so viel dämlich machen ich hatte voll schild ich mache loser schläge welchen hat er eigentlich neue die hatte ich auch trotzdem habe ich nicht so viel 18 schaden gemacht ich höre was ist das da haben wir doch was Mama ich hab einmal aufgewertet ich kann nicht mehr ach du auch geben wir alles hier noch was ohne es gar füllte Sniper haben was ich lege ganz runter die werden mich wahrscheinlich jetzt alle angreifen ey hier ist wieder die grüne MP ok ich bin noch in der Luft und hab ein Boot weg ich bleibe weiter rechts ich bin hier so ok der andere da mit hänge oh zwei hits aber du klickst du gerade die ganze Zeit durcheinander ja gerade fassen die saugen geflogen ist jetzt will ich über mich zahl und ich hab dich auch gesehen zwei hier zu geben auszusehen weg bei mir ist jemand 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 weg hier weg ich gehe zu meinem Bruder das kann ich auch was machst du wuhu ich bin echt tot er hat mich runter geschossen nein ja ich hab mir irgendwo wow ich kicke ihn gleich so hart wenn er einfach nur runterschießt wurde auch runtergeballert ich hatte aber die neue Pistel ich konnte eigentlich mich er wieder hoch katapultieren aber nein die Pistel hat er nicht dich geschossen wieso das Spiel kommt drauf das Spiel kommt maple diesen krieg ich immer schwerere ich auch hm HÖHÖÖÖеро hä die sorta was weg ich bin auf Kampfer getrunken und gestorben ich kenne sie für dich genau die Waffen die du hast kannst du wieder sein eigenes Team mit haben wirklich als ob der denkt auch ich kann nicht von unten schießen im Kopf komm runter ich verloß ich bin allererster ich habe Raketenwerfer ja junge Fertig für Luthorst den Graben fassen die Sonnenwürde geholfen alle geflogen was bleibt so ich bin der mit einem Lager der überdiert immer rocket launcher direkt unten in seinem ding rein er sagt gut junge ich schieße alles weg ich habe auch bald keines mehr ich habe und ich runter frau dich trau dich er traut sich nichts komm bearbeite trau dich nicht zu bearbeiten ja die alles gut gut ok ein boden aber ein bisschen drinnen sagt zweitwochmann heutzutage die Kultusbräufe Nürnberg und Fabian immer noch wollen mit gar herr lieb haben blauer mp und da geht mir ab alle noch weiter mit der Ruhel und auf jeden Fall drauf er ist ein Latios gut oder? ja geht also er hat halt so lachtreile und macht 180 Damage mein Pokémon, mein Raikou macht 2000 was 2000 Damage? Damage 2000 Damage? mhm man kann dann immer 2000 Damage machen doch nein doch, mein legendäres Pokémon, mein einzigstes Raikou ja, hat es fast 2000 EP oder was? ja, fast ja, aber da muss ich ja nicht und die Attacke gehen da runter oh mein Gott, ich hab grad fast in der Gesicht ich schieße ihn ab mit Rackett war fast mhm ist außen geil geil ich muss kurz mir nicht gern haben, Biggi ja, hier bitte schön als du immer Biggis kriegst und nicht Minis ich hab doch zwei Stück geil er lässt sich mal ein wo wie das geht du, was sagst du, was sagst du, meine Lackierung geil mir hat ich hab das ja, hallo Hein Disent ich hab das mir chaussisch ich hab das du die zu erinnern erinnert sie können auch nicht alle erlaubt das war die Gäste da wollen das Wort Blaue Maschinenzülle, grünes Stein und Milly! Oha, ich mach doch wieder Biggies. Gehst du in der Luft, bleib direkt an der Wand. Bleib direkt am Rand. Ich bewege mich jetzt kein Stück, Nevi. Hallo, mein Bruder ist schon tot. Geh vorhin. Hey! Das steht ab und oben, ich guck, ich drehe mich. Weil ich konnte die hoch am Rippt. Ich hab dich in die. Oh, weil einer hoch. Was mache? Guck mal. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh, was Gott! Oh, ja. Äh. Nein. Wir wollen so wieder wie in die Tiefe. Ja, ja. Ich bin vom Zettel. Da, du sagst auch, ich hab die Waffe. Ja. ich habe so angst Ok jetzt machen wir kein Klippu Junge jetzt gibt's Stress Was? Wieso? Erf ins Treff Klippu Mh mh Wieso? Du hast es angefangen Ich hab gleich es getan Base-Rudum Ich war bei der Base Ich war von meinem Bruder in der Base Komm her Junge wein du PASTARD Ich lebe ich wahrste Weil mir bist du durch die Zone gefallen Ja, aber ich war genau in dem Ritz wer lebt noch? alles die klarkin klingel Leider? Nein, nein, nein. Mein Kollege geht mit dran. Das ist ein Hunk. Ich bin die ganze Zeit. Ich bin einfach der Beste wie keiner von mir. Bam 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 bam. Das ist so, dazu kann ich jetzt wirklich was sagen. Weil ich muss... Allein schnapp ich sie mir. Ich geh nötig, die Gefahr. Ja. Go Neska! Komm ich noch die? Okay, bereit? Ja. Bei den Ton. Den, 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 den. Hey, yeah, 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 yeah. Das hab ich immer Ding gehört. Meine Kindheit. Das hier ist meine Jugendheit. Und der, oh! Einschuss, Einschuss-Challenge. Ist ja gerade fast in die Zone. Jetzt, ich mach dir Druck, ich mach dir Druck. Ich mache dir Druck. Ich mach dir Druck. Ich sag, du kannst mich abschießen. Ey, machst du eigentlich Pokémon in Haren rein? Hallo? Komm, spring runter. Ja, 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 ja. Alles hier, hä? Healen, hä? Ach, ich schmiede dich. Ah, ich schmiede dich. Ich schmiede dich. Ey, ey, ey. Junge, Mann! Mein Bruder baut nur! Ich kick den gleich schon wieder, Mann! Ja, Alessio! Ja, Alessio soll das mal machen! Sag mal, guck mal hier! Da! Ne, wie weißt du, wie du die Pokécoins kostenlos bekommen kannst? Nö. Ja. Soll ich dir erzählen, wie du das machen kannst? Ja. Du musst einfach nur Pokémon in der Arena von deinem Team, du bist ja Team Gelb. Heißt, du musst in der Team Gelb Arena einfach Pokémon von dir machen. Und dann, wenn ich zum Beispiel... Ich hab 100 Pokécoins nur durch Arenen gemacht. Dafür könnte ich dir wieder Great Pass kaufen. Das ist voll praktisch. Kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal eine siehst. ... und im Gelb. Wo bist du? Ich bin schon gleich tot. Kein Klippo! Brauchst du! Ich bin schon gleich tot, Nevi. Da sehe ich zu. Der will mich umbringen. Doch nicht. Ah, mein Bruder aufhielt die ganze Zeit runter, weil ich ihn runterschiefe. Ich bin schon gleich tot. Nein, ne, ne. Ich bin wirklich tot. Das wird mein Ende. Ich bin schon mal wieder. Ich bin gleich tot. Und ich bin tot. Aber somit was nicht? Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ey, mein Bruder aufhört entfernt. Loot. Ha, ist tot. 3 6 die NOSCOPE oh man wissen was die da NOSCOPE hochbauen 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 man spielt eigentlich grad für ein Spiel ich hab keine Ahnung wie dieses Spiel funktioniert mein ja ja ok ja ok wie du passt wie du denkst du los da geht nicht ähm ich hab ihn an der gleichen Stelle wer war die gleiche Stelle das ist doch verarscht oh war der erste oh war der erste dritte guck mir zu jetzt nicht mehr wahrscheinlich warst du das vorher nur mein Bruder nee ich war im Blacksweet ich war im Blacksweet warum nicht im Whitescreen ja ich mach es ein graues Sturmgewehr ich bin grünes welcher Box wirst du der ganz links dann komme ich mal kurz rüber zu dir rüber zu dir ich komme halt wirklich rüber zu dir nur das 2 4 hier wird die 90 und eine blaue Pampung so gern nur das war auf der anderen Seite gerade die andere Box gegangen und hab mir dann Waffen geholt auch vor und dann die 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 ich bin runtergefallen, aber ich habe einen gleiche Item. Oh, er ist runtergeschossen. Ich war das nicht. Hier rift, hier rift. Ja, ist meins. Ich habe es. Er hat mich runtergeballert. Jungs, jetzt kriegt er auf Maul. Jetzt war ein Fehler. Komm, ich hab! Kacke. Er kommt oben. Er kommt zu mir. Ey, Junge. Er hat mich gekillt. Ich bin zu viel Schwierigkeiten. Was ich tun? Geht das an? Wieso soll ich mit seinem Honk spielen? Guck mir den an. Guck mir den an. Oh Mann. Er hat mich noch unverschließt. Weil es ein Honk ist. Er ist ein blöder Honk. Kein mit. Ist der Mann sehen. Wohin soll die Scheiße gehen? Ich hab gleich keine Materialien mehr. Das ist ein Problem. Ich hab die 1500 Materialien. Ich hab die 1500 Materialien. Wiese. Ja. Ja, bitte. Entschuldige mal kurz mein Handy wegen Arena. Ja. 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 Ich probier's. Ja. Ich hab mich. Ja. Ich hab' meinen Kollegen. Trickshot. Oh mein Gott. Hast du den gesehen? Die sind schon gespielt. Wird du hast ihn nicht. War'n Junge. Ich mach was zu wissen ja. Das war's. 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 Okay, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, okay. Das war's.